Klingeln 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 1, 2, 3. Ich weiß nicht. Schatzi, kommst du nochmal gucken, wo was hin muss? Ja, das ist 1, 2, 3. Wer ist das Erste? Das ist Froni, hat er doch schon gesagt. Froni? Ja, 1, 2, 3. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Endmade. Okay. Oh, das ist okay. Du hast die Hand gemacht. Ja. Mach mal ein Video. Ist er bei Youtube? Da bin ich ja schon längst dabei. Jetzt quatschen wir. Aber wir machen das ja sowieso immer. Alles ungeschnitten. Kann da auch alles drin bleiben. Handweg bei Thailand. Hallo. Hallo. Bananen. Das sieht gut. Während der junge Mann, dass sie alles fertig macht, stehe ich hier und schwitze, die Luft steht, kein Windchen, kein Lüftchen. Die Fläche, die Fläche und die Fläche und die Fläche sind in der Fläche und die Fläche. Das ist die gleiche, okay? Ja, okay. 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 Stay tuned. Okay. 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 Nein, die Luft steht hier. Kein Wiener, das hier geht. Kaltes Trinken? Ja, kaltes Trinken. Ich trink ein kaltes Shanglaas. Aber noch kein Zipp. Das macht was. Das ist schon was geschwitzt. Hier ist uns hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und einmal für die Steffi. Nice. Sieht gut aus. Ab in die Tüten. Halb-halb gemachte Schlüsselanhänger. Halb-halb gemachte, wie kann man das sagen? Halb-hand gemachte Schlüsselanhänger, genau. Rohlinge und dann... Sieht gut aus. Das ist etwas Persönliches. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis später.